Stehen bleiben! Keine Bewegung! Ich schieße! Ich werde schießen! Und er ist ein verdammt schlechter Schütze! Schieße! Nicht schießen! Greif uns ganz in Farbe, kommst mit mir auf große Fahrt. Eines Tages wirst auch du in den Spiegel schauen und dann bist du nicht mehr derselbe, der du mal verhaust. Ich muss hier einfach raus! Entschuldigen Sie dich, ich bin ausgebildet. Wirklich? Ich! Früher oder später werden Sie satt haben, nach vorne zu laufen. Früher oder später werden Sie satt haben, hinaufzulaufen. Er wusste nicht, dass seine Uhr läuft. Nehmen Sie die Hände hoch. Ich will Ihre Hände sehen! Die Uhr ist ja gut! Aber wer sind Sie? Ihr Sohn ist ein Fälscher und Betrüger. Sie weint es, ich bin kein Arzt und auch kein Anwalt. Ich bin ein Fälscher und Betrüger. Ich bin ein Fälscher und Betrüger. Ich bin ein Fälscher und Betrüger. Ich bin ein Fälscher. Ich bin ein Fälscher und Betrüger.